hallo koch fans ich begrüße euch zu einem neuen video in der cooking area heute machen wir zusammen einen kokoskuchen die zutaten seht ihr schon einmal hier und jetzt wünsche ich euch viel spaß die eier und den zucker müssen wir fünf minuten cremig und weiß schlagen wir rühren eine prise salz und die buttermilch unter mehl und backpulver mischen wir miteinander die zusammen gemischten zutaten gehen wir dann essröffelweise und rühren zu dem eier zucker gemisch den teig müssen wir in einer gefetteten und mit backpapier ausgelegten form gleichmäßig verteilen dann müssen wir zucker vanillezucker und die kokosraspeln miteinander und verteilen dieses gemisch gleichmäßig auf dem noch nicht gebackenen kuchen dieser kommt dann für 20 minuten bei 180 grad umluft in den backofen über den noch heißen kuchen gießen wir gleichmäßig die flüssige sahne um zu verhindern dass der kokos oben auf dem kuchen anbrennt würde ich euch empfehlen einfach beim backen eine schicht alufolie darauf zu legen denn so backt der kuchen weiter aber der kokos brennt nicht an das war das video für diese woche ich hoffe es hat euch gefallen wenn das der fall ist hinterlasst mir doch bitte einen daumen nach oben und kommentiert das video hier unten könnt ihr weiterhin den channel völlig kostenfrei abonnieren bis zum nächsten mal wünsche ich euch jetzt viel spaß und kocht weiter